Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge. Heute geht es um die Reverse 2 Coding Challenge. Und ja, die haben absichtlich solche Namen, denn in der Reverse Coding Challenge, beziehungsweise bei allen Reverse Coding Challenges, geht es darum, dass man herausfindet, was man überhaupt tun muss. Und das hat, wenn ich mir so mal das Challenge Leaderboard angucke, ziemlich gut schon bei euch geklappt. Wir haben hier allerdings auch noch ein paar, die es noch nicht geschafft hatten, aber ihr habt auf jeden Fall mittlerweile genug Zeit dafür gehabt und wir wollen uns heute der Lösung widmen. Das heißt, wir gucken uns die Beispiele hier an und finden darauf basierend raus, was wir eigentlich tun sollen. Wo wir aber gerade dabei sind, dass man selbst herausfinden muss, was man tun möchte, möchte ich einmal ganz kurz nochmal auf die FHDW aufmerksam machen. Die Fachhochschule der Wirtschaft bietet euch nämlich auch zusätzlich zum Bachelor, den ihr als duales Studium berufsbegleitend machen könnt, auch einen Master, den ihr berufsbegleitend durchführen könnt. Und zwar im Bereich IT, vor allem im IT-Management oder auch in der Data Science. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht sagen, hey, IT-Management ist nicht so geil. Ich kann euch aus der Security-Sicht sagen, IT-Security hat fast mehr mit Management zu tun als irgendwas anderes. Ihr müsst Risikomanagement betreiben, ihr müsst so viel verwalten und organisieren. Das ist schon sehr, sehr viel und tatsächlich macht es auch eigentlich Spaß, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen widersinnig anhört. Aber ja, auch Data Science ist natürlich vorhanden, falls ihr gerne mit Daten arbeitet. Also für eigentlich alle ist hier irgendwas dabei. Und ich kann euch definitiv mal empfehlen, euch zumindest mal schlau zu machen. Selbst wenn ihr schon einige Monate, Jahre oder sowas in dem Bereich gearbeitet habt, könnt ihr durchaus das Ganze auch berufsbegleitend machen. Dafür bietet sich das natürlich besonders an. So, jetzt aber zurück zur Coding-Challenge. Denn die ist tatsächlich nicht so, ja, nicht so direkt durchdringbar für mich gerade. Denn ich weiß ja noch gar nicht, was ich tun muss. Also, wir haben einmal hier einen Input 8, 4, 1. Und wir haben das hier, wir haben das hier, das hier und das hier. Ich nehme mal an, dass das hier eine Art Muster ist. Lass mich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe die ja selber noch nicht gemacht. So, das ist genau 8. Okay, perfekt. Und wir haben 4 Zeilen. Das heißt, ich nehme an, 1, 2, 3 und 4. Cool. Das heißt, das hier müsste eigentlich, also das hier müsste die Größe des Spielbretts sein. Nehme ich zumindest an, dass das hier die Breite ist und dass hier die Höhe ist. Ziemlich sicher. Und das hier werden wir noch rausfinden. Ähm, da habe ich bisher bloß dieses 1 gehabt. Und als Ausgabe möchte ich hier das da haben. Ähm, das erste ist gespiegelt. Das ist, äh, oder? Ja, das ist genau rückwärts. Genau, das ist 1 zu 1 rückwärts laufen gelassen. Also quasi jede Zeile einfach umgedreht und hingeklatscht. Dann haben wir diese horizontalen Striche. Und dann haben wir genau das Muster selber nochmal. Das heißt, das Muster steht quasi an der Stelle rechts oben. Hier nehme ich an, haben wir es auch gespiegelt. Genau, da haben wir das linke Muster gespiegelt. Und hier haben wir wahrscheinlich das, oh, nee. Ah, doch, hier, genau. Das rechte Muster 1 zu 1 nach unten gespiegelt. Das heißt, das Originalmuster ist hier. Und wir spiegeln es einmal nach hier drüben, nach hier, nach hier. Okay, jetzt mal gucken. Ich vermute, ich habe schon eine kleine Vermutung, mal gucken. So, 8, 4, 2, genau, wieder ein 8 auf 4. Also, 8, 1, 2, 3, 4. Von der Größe her. Und jetzt haben wir 2. Bei 2 rate ich persönlich, dass... Nein, tue ich nicht. Verdammt. Okay, ich dachte irgendwie, dass es hier unten ist. Also, ich dachte jetzt, wenn wir eine 0 hier haben, dann landet das Muster direkt hier links oben. Und ich muss es quasi überall hinspiegeln. Was aber so nicht stimmt, oder? Nee, jetzt habe ich nämlich eine 2. Und ich muss es nach da oben spiegeln. Das ist ja furchtbar. Aber es wird auch wieder gespiegelt. Das heißt, ich habe hier mein Originalmuster. Und hier meine Spiegelung. Und hier eine Spiegelung vom Originalmuster nach unten. Und von hier auch nach unten gespiegelt. Also, 2 ist links oben. Vielleicht fange ich dann einfach rechts an zu zählen. Kann auch sein. So, das haben wir hier. 3. Okay. Bei 3 ist das Muster, das Originalmuster ist hier unten. Also, ich lag gar nicht so falsch. 1 ist hier. 2 ist hier. 3 ist hier. Nenn mich mal an, dass 4 hier rechts ist. Ja, 4 ist. Das kommt hin auf der rechten Seite. Okay, cool. Das heißt, bei 1 ist mein Muster hier auf der rechten oberen. Bei 2 ist es hier. 3 ist es hier. 4 ist es hier. Ja gut, dann muss ich einfach quasi umdrehen. So. Oh, wow. Okay. Dann haben wir hier ein größeres Muster, was ich 1 zu 1 auf die rechte Seite packe. Dann spiegle, damit ich es auf die linke Seite packen kann. Dann unten drunter, also nach unten quasi spiegle, also die Zeilen spiegle für sich. Genau, auf der linken Seite und dann auch auf der rechten Seite. Genau. Ja, okay, perfekt. Und dann haben wir hier noch 12, 6, 4. Das wäre nochmal irgendein komisches anderes Muster. Und haben wir hier die 4. Dann müsste das Originale, müsste ich hier drin sein. Genau, und alles andere wird einfach hingespiegelt. Okay, cool. Also wir wissen, was wir machen müssen. Wir bekommen ein Muster in der Größe 12, 6, beziehungsweise Eingabe, Eingabe. Und wenn es an 1 ist, dann muss es hier oben rein und wird hierher gespiegelt. Und dann von da nach da unten gespiegelt und von da nach da unten gespiegelt. Wenn es 2 ist, kommt es hier rein. Wenn es 3 ist, kommt es hier rein. Wenn es 4 ist, kommt es hier rein. Okay, cool. Das kriegen wir doch gelöst. So, solfen wir das mal. Ich glaube, ich orientiere mich mal ganz gerne da dran. Also, wie fangen wir an? Wir haben erstmal natürlich die Breite, also Width. Und da liegt ein Barthaar auf meiner Tastatur. Einmal kurz wegmachen. Und ja, ich verliere sehr viele Barthaare, für die, die sich gewundert haben. So, und dann haben wir hier das Muster. Oder quasi, ja. Wir machen das wie immer. Wir mappen einmal die Funktion int auf unseren Input, auf unsere erste Zeile Input. Und diese erste Zeile Input müssen wir selbstverständlich noch splitten am Leerzeichen. Dann haben wir hier nämlich 8, 4, 1. So, und jetzt haben wir, ähm, jetzt haben wir hier unsere, ich nenne das mal V wie Variante. Ähm, und wir haben unser Muster M, eigentlich könnte ich es auch Muster nennen, wir gehen ja hier nicht auf Platz. Variante. Variant. So, und dann haben wir hier Width, Height. Und hier unten haben wir das Pattern. So, ähm, und das Pattern lesen wir ein, das ist ja eigentlich eine, ein Input von, wir haben ja mehrere Inputs. Wir haben ja eigentlich eine Liste aus Inputs. Die Liste aus den Inputs, und zwar, wie oft machen wir Input vor, äh, I. In Range von der Höhe, müssten wir das eigentlich machen, weil wir haben ja hier 1, 2, 3, 4 Stück. So, das heißt, wir lesen das hier quasi genau so oft ein. So, cool. Ähm, jetzt. Ähm, ist unser Pattern, ähm, ist an der Stelle, wo wir es haben wollen. Ähm, dann spiegeln wir das mal. Pattern. Ähm, wobei. Wir wissen ja nicht, an welche Richtung wir es spiegeln wollen. Ähm. Also, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich einfach meinen Pattern direkt spiegle. Ja, dass ich quasi sage, hey, ich nehme da, wobei, warte, Moment, wenn ich das jetzt, wenn ich das Originalpattern hier auf der linken Seite habe, dann spiegle ich quasi nach rechts. Sieht es genau gleich aus? Wenn ich das hier nach rechts spiegle. Ja, doch, das müsste genau gleich aussehen. Weil dann habe ich vier Varianten. Äh. Okay, das ist quasi mein Originalpattern. So, dann baue ich mir mal meinen Left Upper. Äh, achso, jetzt muss ich, jetzt muss ich quasi durchgucken. Ähm, ui. Nee, nee, das geht geiler. Als wenn ich jetzt hier alles durchswitche. Ähm. Moment. Hier ist eins. Hier ist zwei, drei und vier. So, dann habe ich im Endeffekt. Ähm, ich definiere mir hier Funktionen, die mir das Ganze spiegeln. Also, dev. Horizontal. Horizontal. So, so. Ähm. Von Pattern. Von P. Gut, damit wir nicht durcheinander kommen. Ähm, was macht mir das? Ich möchte es horizontal spiegeln. Also, habe ich das hier und möchte das hier haben? Ja gut, dann mache ich halt bei jeder... Oder warte, war das horizontal oder war das vertikal? Ach, ich bin verwirrt. Egal. Ähm. Wir können hier einfach P von minus 1 machen, oder? Das müsste doch gehen. So, und wenn ich jetzt hier noch Vertical habe, Vertical von P, dann müsste es mir mit Return, ähm, Line von, jetzt will ich meine Zeile umdrehen, von minus 1 für, Line in Pattern. Das müsste auch funktionieren. So. Jetzt habe ich quasi einmal was, was mir die Zeile umdreht. So, das ist horizontal, das ist... Moment, das war andersrum, ne? Das war horizontal. Egal. Äh, völlig egal. Ähm. Eins davon, also das hier dreht mir jetzt quasi mein ganzes Ding um. Das heißt, ich sage hier, ey, yo, nimm jede Zeile und mach die nach unten, also quasi die oberste Zeile, mach mir die nach unten, die unterste Zeile, mach mir die nach oben. Das ist das hier, das ist das Horizontale. Aha, ich, ich spiegle am Horizont. So, nehme ich das da, ich spiegle hier dran. Okay, also passt das vom Horizontalen. Ähm, und wenn ich vertikal spiegle, spiegle ich an dieser Achse hier in der Mitte. Das heißt, ich nehme mir jede einzelne Zeile und drehe die um. Das heißt, mit diesem vertikalen Spiegeln kann ich, ähm, das Teil in dieses Teil hier spiegeln. So, ähm, und wenn jetzt... Äh, okay, ich habe mein Left Upper. Anders. Ähm. Ähm, wenn mein, meine Variante, ähm, eins, zwei, wenn sie drei oder vier ist, also sprich, wenn sie, äh, größer ist als zwei. Wenn das der Pfeil sein sollte, dann setze ich mein, doch, dann setze ich mein Left Upper erst mal auf, jetzt pass auf, ich fange an mit Left Upper ist gleich Pattern. So, ich nehme einfach an, dass es mein Pattern ist. Und falls das nicht sein sollte, dann setze ich mein Left Upper auf vertikale Transformation von Left Upper. Dann habe ich quasi gesagt, oder? Nee, Moment, nicht vertikal, horizontal. Horizontal muss es sein. Ah je, das ist furchtbar. Ähm. Dann sage ich, wenn es drei oder vier ist, sprich, wenn es unten ist, dann muss ich es erst nach oben klappen. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass ich es nach links klappen muss und dass es vielleicht auch gar nicht das hier genommen hat. Das heißt, das wäre das zweite If. Ähm, If-Variante, ähm, gleich, ähm, was, was waren die Möglichkeiten? Bei eins muss ich es nach links klappen und bei vier muss ich es auch nach links klappen. Ähm, wenn das vier ist, dann muss ich Left Upper nochmal klappen und zwar in einer vertikalen Transformation von Left Upper. So, ähm, und damit müsste ich eigentlich alle Varianten ausgeglichen haben. Das heißt, wenn es zwei ist, bleibt es einfach dabei, dann passiert ja nichts davon. Wenn es drei oder vier ist, wird es einmal geklappt und wenn es eins oder vier ist, dann wird es nochmal geklappt. So, okay, das heißt, ich habe auf jeden Fall jetzt in meinem linken oberen, habe ich das, was ich brauche. Dann habe ich in meinem Left, äh, in meinem Right Upper, habe ich... Ähm, die vertikale Transformation von Left Upper und in... Ähm, Left Lower, habe ich Horizontal von Left Upper und in... Äh, Right Lower... Eieiei, schreiben sollte ich können. Right Lower, habe ich Horizontal von Right Upper. So, dann habe ich... Dann habe ich quasi alle vier, oder? Dann habe ich das als links oben, das als rechts oben, das als links unten und das als rechts unten. Das passt. So, jetzt habe ich alle vier. Ähm, jetzt, was muss ich machen? Ähm, ich muss erstmal ein Plus ausgeben. Also, die Dinger hier, den Rahmen muss ich auch noch mit bedenken. Ich muss ein Plus ausgeben, dann muss ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, also Breite, plus... Nochmal Breite, plus. Cool. Ähm, okay, dann printen wir das doch mal. Also, ein Plus, plus Minus, mal Breite, plus ein, halt ohne Leerzeichen, plus, plus das Minus, mal Breite, plus ein Plus. So, das sollte das sein. Ähm. Und dann... Äh. Ne, das machen wir besser. Das machen wir mit Zip. Ähm. Vor... Ähm, left, right in Zip von... Ähm, left, upper und right upper. So, dann zippen wir die quasi zusammen, ja. Das heißt, wir kriegen jedes Mal quasi... Äh, die linke Zeile und die rechte Zeile und dann wieder die nächste linke Zeile, rechte Zeile, linke Zeile, rechte Zeile, so dass wir da uns quasi kein Kopf mehr drüber machen müssen. Ähm, sagen wir nämlich hier, wir printen einmal diesen horizontalen Strich hier. Und dann printen wir die rechte Zeile und dann printen wir nochmal so einen horizontalen Strich. Und dann printen wir die, äh, rechte Zeile und dann printen wir nochmal den vertikalen Strich und das machen wir für jede einzelne Lösung oder für jede einzelne Möglichkeit davon. Dann printen wir, ähm, eigentlich genau das nochmal. Ja, ich weiß das jetzt nicht so elegant, das könnte man auch noch besser machen. Ja, wir machen genau das nochmal. So, left, right in, left, lower und right, lower. So, dann printen wir nochmal das Plus und die Bindestriche und dann sollten wir eigentlich durch sein. Ha! Sieht gut aus, oder? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt schon direkt reinhaut oder hingehauen hat. Ja. So, wenn wir das abgeben, sind wir hier beim Solved First Try. Tada! Und ja, ich würde sagen, das war gar nicht so schwer. Ja, aber, und jetzt kommt der wichtige, wichtige Punkt, ähm, ich glaube, also wir hatten alle Spaß bei dieser Challenge, ja, aber für diese Challenges müssen wir natürlich immer so ein bisschen auch was vorbereiten. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auch eine Challenge zu submitten, dann kommt zu uns, schreibt uns eine E-Mail, beziehungsweise schreibt vor allem mir eine E-Mail, ähm, und ja, das ist auch tatsächlich nicht unbezahlt. Das muss ich nochmal ganz kurz hier dazu sagen. Diese Challenges kosten natürlich auch was in der Entwicklung. Deswegen bin ich A, froh, dass die FHDW, die natürlich unterstützen, die ganzen anderen Menschen, die so toll sind, die unterstützen, B, dass ihr vielleicht auf uns zukommt und sagt, hey, hier, Challenge. So, ja, ähm, dann freue ich mich auf euch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.